Ich bin hier geboren, aber jedes Jahr fahre ich in dieses andere Land. Dort fühle ich mich mehr zu Hause. Ich weiß nicht, was mein Vater mir mitgegeben hat. Er ist für mich wie ein Fremder. Mit 13 musste ich mein Heimatland verlassen. Meine Kindheit ist in meiner Heimat. Zu Hause reden wir nicht über solche Sachen, wie über das Land, wo meine Eltern herkommen. Mir würde nichts einfallen, was mich besonders machen würde. Ich zeichne sehr gerne. Die meisten sagen auch, dass ich es gut mache. Hamad ist, wo meine Eltern herkommen. Dort ist Hamad. Und hier ist Hamad, wo ich jetzt lebe. Ich zeichne sehr gerne.